Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. In der kleinen Aufnahmepause habe ich zwischendurch geschaut, was denn der kleine AJ hatte. Und ich habe es nachgelesen im Wiki und da steht da an einer unbekannten Krankheit erkrankt. Also kann ich es gar nicht wissen, glaube ich. Habe ich es vergessen, dass er schon an einer unbekannten Krankheit vorher erkrankt war? Ich weiß es nicht genau, aber zumindest war es das an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir versuchen rechtzeitig reinzukommen. Und irgendwie muss ich doch an diesen blöden Griff rankommen. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich werde die Tür komplett auslassen. Ich werde erst zum Garagentor gehen und dann... Die Mülltonne schieben ist halt sinnlos, weil dann müsste irgendjemand anderes mitschieben. Ich denke, wir brauchen den Wagenheber und an dem Tor das. Deswegen werde ich das zuerst machen und die Tür und die Tonne auslassen. So, probieren wir es. Natürlich helfen wir zu. Hier drüben ist nichts, ne? Nee, okay. Alles klar. Dann geht es hier hin und wir brauchen... Hier unten kann ich gar nicht mehr anwählen. Öffnen. Alles klar. Dann öffne das Ding mal. Dann hauen wir dem hier nämlich den Schädel ein. So, und dann nehmt ihr das Ding. Nehmt es dir. Sehr gut. Und dieses Ding benutzen wir auch. Genau das versuchen wir ja gerade. Und das ist es. Können wir den nicht einfach reinziehen oder im schlimmsten Fall raustreten? Wollte grad sagen. Sie wird nicht schießen. Ich mach trotzdem auf, die wird nicht schießen. Was machst du hier? Ask dein Bruder. Sie ist in der Probleme. Ich glaube. Wie kannst du das tun, Clem? Was ist Mariana oder Gabe? Was hast du gesagt? Dass du sie wegst, um sie zu sterben. Nein, wir haben sie weggebracht. Eine kleine Frau, alle alleine aus da. Du denkst, Mariana könnte das überleben? Wir hatten die Regeln. Clem sie verletzt. Ich würde das gleiche tun, für jemanden. Sie wusste, was passieren würde. Nicht schuldig für sie. Für jemanden, was? Du verletzt die Regeln für Kate und Gabe. Und ich will die Verletzungen. Nichts für sie. Er hat sie verletzt. Dann war die Dosis doch nicht verschwendet, hä? Aber wie? Er ist sterben. Clem sagte das. AJ zurückgebracht hat. Er war stärker als wir denken. Es war... ein Miracle. Du bist schuldig. Das ist großartig. Clem, das ist guter News. Wie soll ich dich glauben? Ich glaube, ich glaube nicht. Clementine. Bitte, ich sage dir die Wahrheit. Wo? Wo ist AJ jetzt? Ich weiß nicht, was ich sicher sind. Aber er ist in Richmond? Dr. Lingard hat den Mann gehalten, er weiß, wie ihn er findet. Dann bin ich zurück. Keine von uns gehen, bis die Gehäuern sind. Oh. Na, zumindest das mit der Wife hat sich hingeändert. Was? Ach so. Das war hinter meinem Kamera-Gestell. Wo muss ich denn hin treiben? Ach so, weiterhin dorthin. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass ich den Knopf drücken soll. Beziehungsweise den Hebel. Was ist da denn jetzt so dramatisch dran? Ich verstehe es nicht. Was ist das denn so? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich gebe dir das. Ich bin glücklich, dass wir noch ein paar Smokes gefunden haben. Das ist das neue Gold. Keine Ahnung, das gehört zu euch, assholes. David! Ich dachte besser, Max. Ich habe wirklich gedacht. David, komm mal, Mann. Wir sind ein Einwohner. Es gibt keine Chance für... Stop him! Er ist weg! Go! Get Badger! Wow, wow. Der hat eine Schrotflinte. Ich würde mich beeilen. Au. Oh, 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 oh. Hier, wo ist mein Ding? Da nimmst du... Nein, 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 nein! Nein! Das war schwierig. Also gerade da rüber zu greifen? Um Gottes Willen. Ich bin schon zweimal gestorben innerhalb der Episode. Das ist ja... Das ist... Das ist schlecht. Aber jetzt weiß ich ja, wo es liegt und wo ich hin muss. Und ich muss... Auch wenn das immer wie eine Ausrede klingt. Aber ich muss sagen, es liegt oft an dem Mikrofonständer, der einfach ein Bild ist. Äh, B, 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 B. Oh, warte. Das war jetzt mein Ausfall. Nein, nein, nein! Ich habe rüber gedrückt. Der Controller ist auch noch an. Ich schwöre, ich habe rüber gedrückt. Aber das schaffen wir noch. Das schaffen wir. So, hier ist erstmal A. Dann müssen wir nach oben. So. Und wir müssen das Ding... Wir müssen erstmal hier schön B die ganze Zeit... Nein, 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 nein. Und X. Und gleich nochmal ins Gesicht. Okay, jetzt haut er uns um und jetzt müssen wir da an der Seite was greifen. Also rüber mit dem... Rüber mit dem Ding. Los, wo kommt der? Rüber, 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 rüber. Ich kann es noch nicht greifen. Hä? Es ging nicht. Oh, was ist denn das grad? Oh, ohne Witz. Es ging nicht. Das probieren wir nochmal. So, rauf auf ihn. Jetzt ganz viel B. Was? Äh, X? Was war denn das komisches beim B gerade? Ich dachte, das ist jetzt grad verpackt oder sowas. Okay. So. Hier, komm, komm, nimm! RT! Anders gibt's doch nicht! Was ist denn das für ne Kacke gerade? So, nochmal verdammt nochmal. Nach oben. So, jetzt ganz viel B. So, und rechts rüber. Jetzt X. Nochmal X. So. Und jetzt rüber und RT. So, rüber, rüber, rüber. Ich hab's gedrückt. Jetzt hab ich's genommen. Gott sei Dank. Eww. Ich konnte nichts anderes machen. Was zur Hölle? Der hat nichts angezeigt. Oder ist das, ist das gescriptet? Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ja, ich hab's gedrückt. Du bist nur ein Schick. So, ich hab's gedrückt. Aber das wird es tun. Garcius! Du... Du... Du schuckst meine Schmerzen aus. Ich... 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 Fuck. Das ist für Mariana. Sie war eine süße kleine Mädchen, nur in ihrer eigenen Geschäfts. Nicht mehr. Fuck ihr. Und fuck ihr, auch. Get it over with. Come on. What are you waiting for? We've got to move. No point drawing it out. Ich wollte nur ein bisschen Rache. Ist ganz zu tun? Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt was ändert, weil beim ersten Schlag schon Tripp wird sich das merken kam. Und beim zweiten nicht. Er ist all yours. Stop. Please. Raiding? Looting? You betrayed who we are. You betrayed Richmond. Come on, David. This is Richmond. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. There's no use holding out, Max. The best you can do is make things right. We, we weren't doing it without support inside Richmond. Joan was in on it. We did it on her orders. She, she said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm, I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please. Don't kill me. I'll help you. I'll, I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. Maybe he'll be useful. Thank you. Thank you. Vielleicht falsche Entscheidung. Das ist die Entscheidung, bei der man beim Serien gucken wahrscheinlich sagen muss, du bringst zu Ende. Der verrät dich. Wird er vielleicht tun? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist die Story nicht so offensichtlich respekt. Oh. What? It's good riddance. That son of a bitch killed Mariana. Did that make you feel better? I wouldn't shed any tears if I were you. Maybe I'm shedding them for your brother. I thought it would at the time. Now? Now I'm not so sure. Hold on to that doubt. It means you're still human. Javi's earned my trust. And if any of you had any brains, you'd say the same. I'm sure you did the right thing. Sometimes there's just no other way to make things right. My friend took a crowbar to someone once. My people need to know about what we found here. What about your missing friends? I'm surprised you care. Human life isn't exactly high on your list of priorities. Don't have time to keep looking. They'd want me to get home and warn them. So that's what I'm gonna do. Sooner the better. You sure you won't stay? We need your help. So do others. I won't forget about you. You have my word. It's a shitstorm out there, man. I don't see how you're gonna make it. One step at a time. We need to get back to Richmond fast. I have loved ones in there. We both do. We all do. I gotta break Elinor out of there. Once she's safe, I... I'm gonna tell her how I feel. Hey, you said it yourself. It's only as messy as you let it be. Time to straighten things out. We're gonna need allies in Richmond. Lingard and Clint, they're our best bet. If I can get to them before Joan does, maybe we have a chance. I know I was ready to say goodbye before. But I can't do this without you. Can I count on you? I won't be able to pull this off myself. Of course, David. You're my brother. I never forgot that. Even if you did. I'm glad to hear that, Javi. You and I... We should talk. When this is done. If Lonnie raises the alarm, they'll be waiting for us at the gates. There's a way in and round back that'll get us around any sentries. We can take Badgers' truck. I doubt he'll mind. Come on. We gotta get on the move. Heard's closing in. Das Ganze wird nochmal dramatisch werden. Ich mache gleich... Ich gehe gleich mal in die Pause. Und zwar genau jetzt. Das Ganze wird nochmal dramatisch werden zwischen den beiden Brüdern, wenn herauskommt, und dass wir was mit seiner Frau hatten. Oh je. Und ich hoffe, das passiert nicht in einer Situation, die dramatische Folgen haben wird. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die Telltale-Menschen das so eingerichtet haben. Aber wie es wirklich ausgeht, liebe Leute, ich würde sagen, das erfahren wir nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode von Let's Play The Walking Dead in New Frontier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.